Du bist im Ausland, eingesetzt von deinem Arbeitgeber. Du hast damals Vereinbarungen unterzeichnet, vielleicht nicht so genau hingeguckt, vielleicht hast du auch hingeguckt, aber Fakt ist, der Arbeitgeber möchte nicht mehr, dass du dort arbeitest. Du sollst entweder jetzt zurück oder du sollst ganz weg, wie auch immer. Du bist jetzt unsicher, was zu tun ist. In diesem Video gebe ich dir Tipps. Ich sage, worauf es ganz konkret für dich ankommt, was die entscheidenden Punkte sind und vor allen Dingen, was jetzt als allererstes zu tun ist, wenn hier irgendwelche Änderungen anstehen. Wenn dich solche Fragen interessieren, abonniere gerne den Kanal. Es gibt hier auch schon ein Video zu der Ausgangsbasis. Was machst du, wenn du ins Ausland gehst? Wie sicherst du dich da optimal ab? Schau dir, wenn du in der Situation bist, natürlich vor allen Dingen dieses Video an. Hier jetzt aber wie gesagt nur die Situation, ich soll zurück. Jetzt kommt es erstmal maßgeblich an, was damals, als du gegangen bist, vereinbart wurde. Wenn du weiter beim gleichen, beim selben Unternehmen bist, nur im Ausland gearbeitet hast, aufgrund entsprechender Vereinbarung, gibt es in der Regel kein großes Problem. Wenn jetzt irgendwas kommt, eine Beendungskündigung, eine Änderungskündigung, eine Versetzung, du sollst zurück. Alles das kann man jetzt überprüfen lassen. Es gelten die normalen Fristen bei der Kündigung drei Wochen. Auch wenn es keine Kündigung ist, empfehle ich immer sofort zu handeln. Du kannst uns deutschlandweit dazu anrufen und die Sache zunächst mal kostenlos und unverbindlich besprechen, ob was zu tun ist, was zu tun ist. Also hier musst du einfach nur die Fristen einhalten. Schwieriger sind die Fälle, wo das Arbeitsverhältnis im Ausland mit einem Tochterunternehmen oder einem anderen Konzernunternehmen oder einer ganz anderen Firma begründet wurde und das jetzt beendet werden soll. Wenn das Arbeitsverhältnis im Ausland mit einer anderen Firma nach dortigem Arbeitsrecht begründet wurde, wenn da nicht explizit die Anwendbarkeit deutschen Arbeitsrechts vereinbart wurde, was in der Regel so ist, ja, also es wird nicht vereinbart, das habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, wir haben da diverse Fälle, dann wickelt sich das Ganze alles nach dem dortigen Recht ab. Du musst dich dort sofort zu einem Anwalt begeben und dich hinsichtlich dieses Unternehmens dort beraten lassen. Spannender die Frage und teilweise parallel zu behandeln, was ist hier mit dem Arbeitsverhältnis zur deutschen Firma? Wurde das damals beendet? Sieht es in der Regel nicht gut aus? Häufig wird das aber ruhengestellt oder es gibt irgendwelche besonderen Vereinbarungen dazu. Dann lebt quasi, wenn das Arbeitsverhältnis im Ausland beendet wird, das deutsche Arbeitsverhältnis wieder auf. Mit allen Rechten, aber auch Pflichten und auch dem deutschen Arbeitsrecht üblichen kurzen Fristen, wenn man zum Beispiel sich gegen eine Kündigung wehren will. Wir haben jetzt diverse Fälle, wo das deutsche Unternehmen seine Leute quasi zurückbeordert und dann hier in Deutschland anders einsetzen will, häufig mit einer Änderungskündigung. Die muss dann, da muss überlegt werden, nimmt man die unter Vorbehalt an oder greift man die, nimmt man sie nicht an? Das ist eine strategische Frage. Es kommt dann sehr darauf an, was du willst. Willst du halt auf gar keinen Fall hierher? Ja, wie stehen die Chancen? Da muss man eine Gesamtabwägung machen. Schau dir gerne dazu mal das Video zum Thema Änderungskündigung an, was es da so zu beachten gibt. Ansonsten bei einer Beendungskündigung, drei Wochenfrist angreifen natürlich, ja, Kündigungsschutzklage. Und wenn der Arbeitgeber einfach so Muschibubu macht und sagt, ja, komm zurück, aber du bist jetzt nicht mehr Chef oder bist jetzt nicht mehr dies oder das, sondern arbeitest jetzt da und da, ja, vielleicht noch ein ganz anderer Arbeitsort als früher, ja. In all diesen Fällen muss man das halt prüfen. Hier muss man schauen, ob das im Rahmen des Weisungsrechts überhaupt geht, ja. Dazu muss man immer wissen, der Arbeitgeber kann im Rahmen des Weisungsrechts recht viel machen, aber einen willkürlich irgendwo hinschicken oder degradieren, weniger Gehalt bezahlen, weniger Verantwortung. Das alles geht in der Regel im Weisungsrecht nicht. Wie geht man ganz konkret mit dieser Situation um? Zunächst einmal ganz wichtig, nicht einfach die Arbeit verweigern, nicht einfach sagen, nö, mach ich nicht, ja. Sondern sofort beim Anwalt anrufen, ja, das ist das eine, und parallel aber erst mal das so machen, wenn das alles unzumutbar ist, man das nicht kann, wenn man jetzt plötzlich krank wird, geht man halt zum Arzt, ja. Verschafft man sich dadurch Luft. Ansonsten muss man ganz normal erst mal die Sachen machen, damit man dann nicht seine Rechtsposition verschlechtert, wenn man zum Beispiel einfach die Arbeit verweigert hat oder ähnliches. Das könnte dann dazu führen, dass man am Ende des Tages sich noch eine fristlose Kündigung einfängt. Das wäre jetzt wirklich die schlechteste Variante, ja. Also im Zweifel erst mal machen, wie ich das immer so sage. Wenn der Arbeitgeber sagt, spring aus dem Fenster, erst mal aus dem Fenster springen. Nein, wenn es einen gefährdet, natürlich nicht. Aber alles, was man irgendwie so machen kann, das erst mal machen und parallel dann prüfen lassen, wenn du dazu Hilfe brauchst. Deutschlandweit sind wir für dich da. Besprich die Sache mit uns. Wir haben diverse Fälle in diversen Konstellationen in verschiedenen Ländern, die gerade hier laufen, wo wir halt das alles auch mal so wieder durchspielen, ja, und dann auch vor den Gerichten sehen, wie das so läuft. Wichtig immer, auch im Ausland dort prüfen lassen, wenn man dort ein separates Arbeitsverhältnis hatte, zumindest dort noch mal checken lassen, was kann man dort machen. In der Regel ist natürlich der arbeitsrechtliche Schutz im Ausland schlechter als in Deutschland, insbesondere da in den ganz interessanten Ländern, Arabien und so weiter, ja. Da, Großbritannien, da ist in der Regel nicht so viel zu machen wie hier. Da sind auch nicht diese exorbitanten Abfindungen rauszuholen. Es gibt aber wieder Länder, wo automatisch eine Abfindung gezahlt wird. Auch da muss man sich drum kümmern. Da kann man auch nicht einfach sagen, ja, wird der Arbeitgeber schon machen. Denn auch da gibt es in der Regel Fristen.